Was ich nie lesen würde und deshalb auch nie in mein Bücherregal stellen würde, ist sowas wie Fifty Shades of Grey oder so. Sonst stehe ich eigentlich zu allem, was ich lese. Ich glaube, ich würde eine Titelstory über den VfL Bochum ins Blatt heben. Meine Zeitung seit fast 30 Jahren.